Oder die sind nicht bei dem Relikt drin. Ich komme gleich wieder. Jagdgebiet. Hm, das war doof. Ich will eigentlich... Boah, nicht, nicht jetzt. Geh hier rein. Und jetzt ruckelt es wieder. Was ist denn hier los? Komm. Ja. Hallo, Relikt. Wieder ein neues, oder? Oh, nee, das Relikt hat man schon. Also, das war wieder Spinne oder sowas, ne? Okay, aber ins Jagdgebiet. Hm. Wäre toll, wenn ich jetzt wieder ins Jagdgebiet kommen würde. Da werde ich jetzt nicht viel Glück haben. Wildschwein. Steht da jetzt eigentlich was anderes? Handbuch. Was haben wir denn jetzt hier schon in der Tierwelt? Hirsch. Es gab eine Zeitaufflug-Island, da kam es zu einer Überjagung der Hirsche, dadurch europäische Kolonisten. Äh, durch europäische Kolonisten. Doch dann starben die Kolonisten aus und der Hirsch geht es weit und prächtig. Cool. Äh, ja. Seemöwe. Jede Nacht beobachte ich aus meinem Bunker heraus den Himmel. Sie kommen wieder. Wenn ich schaue, kommen sie wieder. Ich höre ihr Stimmen von oben. Sie rufen meinen Namen. Da ist der Abgang. Schüsse im Dschungel. Schreie. Rauch. Das Blut an den Händen. Hä? Ich glaube, ich habe das falsch vorgelesen. Schüsse da. Wandelröschen. Es war immer verboten, Wandelröschen auf Roog Island zu ernten, da diese Pflanze für Schafe, Pferde und andere Nutztiere giftig ist. Inzwischen vergiften die Piraten zum Spaßtiere mit Wandelröschen. Und ich würde gerne den Tierschutz anrufen. Aber die würden bloß alle umgebracht werden. Und dann bräuchten wir den Tierschützerschutz. Aber das ist eine ganz andere Baustelle. Oh Leute, ist das cool. Der Tierschützerschutz. Steht jetzt was anderes drunter? Das Wildschwein ist jetzt ein Bull des Trotzes. Und stolzes Wildschwein-Relikte sind nicht einfach zu finden. Rechnen damit. Boah, da steht das gleiche da. Aber naja, haben wir jetzt. Ich will jetzt wieder da hoch. Wir müssen jetzt wieder da hochkommen. Schön, bis jetzt hier, der Gebiet. Ja, vielleicht kommen wir ja da lang hoch. Weil hier kommen wir schlecht hoch. Das kann ich schon mal versprechen. Das kann ich schon mal versprechen. Hoppa, hoppa. Hier werden wir es auch ziemlich schwer haben, darüber hochzukommen. Vielleicht auch, wenn wir jetzt so ein bisschen außen rum. Lass mich doch mal auf den verkackten Berg jetzt drauf. Wow. Lass mich auf diesen Berg hinauf. Was ist denn das denn schon wieder von Zeichen da? Hä? Was ist denn das? Lass mich doch einfach mal hier hoch, Mann. Und was ist denn das jetzt hier von Zeichen? Ach, das ist einfach nur dieser... Ding. So. Wir wollten ja eigentlich jagen. Ich werde das jetzt hier auch gleich mal probieren. Mit... Herstellung... Jagd. Stinktier. Jagdinstinkt. Hä? Ach ja, klar. Weil ich ja voll hab. Wir sind wieder im Gebiet. Können wir auch mal so machen. Und dann... Kann ich nämlich... Jagd. Jagdinstinkt. Benützen. So, jetzt haben wir hier... Okay, die sehe ich jetzt nicht nur. Zack. Komm raus. Äh, komm raus. Komm ran. Okay, jetzt wollen wir Taming. Zack. So. Wo warst du? Wo warst du? Warum sieht man euch so schlecht? Wo ist das vielen hin? Das war doch hier. Ich hab's doch gerade abgeschossen. Alter. Ist hier runtergefallen oder was? Ich hab das doch gerade hier abgeschossen. Das gibt es doch nicht. Wo ist das hin? Was bist du? Grün. Bitte. Nehm ich nicht. Ja, müssen aufpassen. Wir sind... Das ist gerammelt voll wieder. Da ist das scheiß viel hin. Das ist doch jetzt hier nicht runtergefallen, oder? Ich hab das doch hier gerade abgeknallt. Ey, Leute. Das ist... Bin ich blind? Egal. 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 Und da wollen wir noch ein Tier. Gibt's nicht? Ich stand hier, das Vieh ist hier rumgerannt. Und ich hab das doch hier abgeschossen. Das gibt's doch nicht. Rall ich nicht. Wird zu hoch. Ist mir auch egal. Ich find jetzt gerade kein Vieh. Und deswegen nehm ich's mir noch eine Jagdspritze. Jagdinstinkt benutzen. Und dann schauen wir mal an, wo hier... Das müsste auf Vieh rum... Da. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein. Geh da nicht weg. Geh da nicht weg. Oh, jetzt hab ich's. Der Phoenix ist da, ob ich würde das noch... So. Da hab ich jetzt zwei Ausrufezeichen. Oh, guten Tag. Das ist fit. Hi. Verkaufst du? Verkaufen? Was denn? Ernsthaft? Der Jason Brody und du hast keine Ahnung von nichts? Ist schon gut. Ich bring es dir bei. Ja, mach das mal. Wir sind eine echte Firma hier. Die Inseln wimmelten nur so von japanischen Soldaten. Findest du ne Leiche? Besorg dir die Marken. Wir kaufen sie dir dann ab. Was bekommt ihr dafür? Wir benutzen die Marken, um die Familien zu suchen. Und schicken die Leichen dann zurück. Nicht umsonst. Natürlich nicht umsonst. Die Familien bekommen ihre Angehörigen und wir können weitermachen. Wir sind ja nicht die UNO. Na gut. Ich lass dich wissen, wenn ich Marken finde. Du bist dabei? Haha. Super! Aber ich will, dass die Familien Rabatt bekommen. Was? Ganz ehrlich? Du willst die Hilfe von dem Jason Brody? Das ist richtig. Ich werde das so bereuen. Aha. Aha. Ach so. Das ist jetzt meine Mission. Okay. Darf der eigentlich kein Ding sein. Noch nicht. Mein Gott. Warum muss ich da jetzt? Erster Marke. Was? Was? Das ist ja, weil die Dinger bestimmt weg sind. Hüpf. Hüpf. Einfach holen. Nicht meckern. Holen. Hä? Soll ich nicht immer so viel meckern. Einfach holen. Mein Jogu. Ach toll. Damit kann man nicht mehr fahren. Nee. Das wird nix. Grüße. Und da ist das letzte. Und da ist das letzte. Ich grieße dich. Ich grieße dich. Ich grieße dich. Wo bist du? Ich kenne Schwirn, da liegt denn hier drinnen, oder? Naja, fast drinnen. Ich gehe zurück zu dem Spasti. Oh, alter. ölte sch cleansing. Super. So. So. Wieder hochrennen. Los. Hopp. Hopp. Zeit. Das Geld. Hopp. Geld haben wir nicht. Zeit haben wir nicht. Sie können Ausdaueranzeige haben, ist auch lustig. Aber okay, das soll uns mal jetzt nicht stören. Klar wäre es realistischer, aber... Okay, cool. Ist ja schön. Sprich mit Dennis, immer noch. Alter, hör doch auf. Komm, wir machen jetzt mal Richtung... Dann machen wir... Ey, ich... Geh mal, Macke. Yeah. Ja, und es ruckelt. Ja, natürlich. Oh, okay, das ist doof. Wir fliegen mal Richtung Dennis. Auch wenn es rockett. Wir haben die Speed drauf, ja. Das Schöne ist, wir müssen erstmal wieder hochziehen. Yeah. Damit bremst man natürlich ab. Alter! Statt weh, Jungs. Aber wir sind da, wo wir hinwollen. Wir haben jetzt sogar noch ein Ausrufezeichen, was wir machen können. Und noch einen Herrsch. Können wir doch mal jagen tun. Mann, du sollst doch mal die scheiß Spritze reinjagen. Ich stehe jetzt hier wieder rein, Mensch. Warum das so ruckelt, ich verstehe es nicht. Was war denn hier? Bin ich da. Bin sofort da. Ich mach's los noch, ne? Sieht aus wie zielen und das möchte ich gerne... Mach deinen Einsatz. Du bekommst fünf Messer und ich bekomme fünf Messer. Ich werfe aufs Ziel und du wirfst. Mach mehr Punkte als ich, gewinnst du. Wir machen erstmal ein Training. Du Hurensohn. Ist jetzt? Okay. Okay, das war doof. Alles klar. Gut, also man muss ein bisschen mehr aufziehen. Ja, komm, jetzt überspringen wir mal alles. Okay, das ist gar nicht mehr so einfach. Wow. Und gleich verrissen. Okay. 50 Punkt, mein Freund. Ah, fuck. Okay, komm, 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 komm. Und soll ich proben da? Okay, toll, ich hab natürlich jetzt nichts gewonnen. Das ist clever, weil... Naja, gut, ich muss aber erstmal trainieren. So, wollen wir mal probieren. Jetzt Anfänger los. Komm, Anfänger. 50 Dollar. Verdammt. Ich weiß aber nicht, ob ich Fort-Profi den schaff. Naja, hängen ein paar Punkte, ne? Okay, das sind immer... Sollen so viel Messer... Oh, der hat 10 Punkte. Wow, fuck. Okay. 50 Punkte, ich hab 60, der hat 20. Das ist doch okay. Das ist okay, das ist okay. So möchte ich das haben. Der hat 5, okay, das ist super. 50 wieder. Klasse, klasse, gefällt mir. Cool. So, komm. Oh, so knapp. Naja, das durfte ich jetzt eigentlich nur noch schaffen. Okay, ich hab 100 gewonnen. Ja, klar, 50 Einsatz. 50 R. Okay, wir haben jetzt Anfänger geschafft. Ja, aber das ist ja jetzt doch doof, ne? Ich dachte, das geht jetzt dann weg. Oh, er hat gleich mal dicke, fette 100 Punkte gemacht. Ich hab 10. Fehlt mir nur eine 0. Ja, klar. Wieso sollte man auch vorbeischießen? Alter, was ist das denn? Ich musste aufstoßen. Oh, 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 oh. Da, 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 da. Okay, das, ähm, das hab ich wohl verkackt jetzt. Klasse. Und dort verloren, komm, ich... Soll ich es jetzt nochmal probieren? Komm, einmal probiere ich noch einen. gleich voll den den mittelpunkt treffer oder der dragsack warum verzieht denn der so ich verstehe das nicht warum das so verzieht ich bin so blöd und gibt ihnen seine scheiß 100 euro 100 euro 100 dollar gut ist ja zehn so verzieht er so schwachsinn leck mich doch am arsch 200 dollar das kostet mir zu teuer kostet mir zu teuer